und willkommen zurück ja dahinten ist das ziel der gute alle wahl oder auch nicht so gut für uns und wir nähern uns jetzt hier weiter da hat wohl einer da hat wohl einer noch die bümmel betätigt ich muss mal kurz ich habe keine lustige noch um ihr zu kommen jetzt geht es langsam näher an den alle wahl denke ich mal ich habe probleme büffel ich kann nicht gleich da ja wie gesagt habe problem büffel ich habe probleme büffel ich gleich da ja wie gesagt habe problem büffel ja und desynchronisiert ja das sind wirklich eigentlich nur die fernkämpfer die mir so wirklich gefährlich werden können bei diesen sachen heißt das war jetzt etwas zu schnell eben hier sabotieren ich muss anonym werden ja 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 da schlopft so also ich weiß jetzt auch um wen ich mich diesmal auf jeden fall zuerst kümmern muss und das ist da oben der fernst fernkämpfer Das muss man eben eine klitzekleine pause einlegen weil ich habe hier gerade irgendwie komischen ton So und hier geht es jetzt weiter ja die ton probleme so ganz beseitigt habe ich sie gerade irgendwie nicht gekriegt aber Es klingt oft nee ich glaube es ist größtenteils erledigt Ich war jetzt unauffällig ist was anderes Nimm das, das Du stirbst Du stirbst Da oben ist dann auch gleich schon alle wale ich habe das gefühl Wer weiß vielleicht dass ich komme So die templer haben ihren hund auf mich gehetzt Zeit euren mut zu beweisen So hier müssen wir noch mal eine klitzekleine Jetzt geht es weiter Ah das war so natürlich überhaupt nicht gut Da war ich Ja mein Ziel aus den Augen verloren. Schade, schade. Ja, Adewale hat die Wahl der Waffen und der Schlachtfels. Wie gesagt, ich hoffe, dass ihr nicht auch diese Tonprobleme habt. Der Fluss vor uns ist eine Sackgasse. Adewale kommt nicht raus. Ich befürchte allerdings, dass es wohl so sein wird. Ihr habt eure Befehle. Feuer! Na unser beschutzen Chef! Daneben! Feuer! Wir haben uns geteuert! Wir haben uns geteuert! Feuer! Feuer! So, dann geben wir noch den guten Alewale einfach mal eine richtig schöne Breitseite. Und geben ihm noch mehr Breitseite. Eine neue Taktik. Er rettet seine Crew. Nein. Er kämpft sein letztes Gefecht. Ja, wie gesagt, ich hoffe, ihr habt nicht die Tonprobleme, die ich hier auch habe. Ich versuche, ihn zu umgehen. Ja. So, dann müssen wir jetzt Adewale töten. Das optionale Ziele sind halt, niemanden anderes zu töten. Aber auf ihn scheiße ich. Und, ja, ich näher mich einfach mal langsam an. So. Und auch du musst dran glauben. Ja, ich habe jetzt auch das Problem, ich kann auch gerade, weil ich halt mitten in einer Mission bin, kann ich jetzt auch nicht einfach so hier raus. So, und der nächste zack, Gasmaske und tot ist er. So, und die nächsten, die sterben. Ihr seid schnell, Junge, aber nicht sehr klug. Nop. Eben schnell, ein paar Meter nach. Äh, er kann sich auch scheinbar nicht so ganz entscheiden, wo er hin will. Gut, also vermutlich will er einfach vor mir weg. Ich sterbe als Verräter! Ihr seid schnell, Junge, aber nicht sehr klug. Hm, ich habe eine Idee. Hier liegen überall diese Fässer rum. Nee, die sind's auch nicht. Ihr seid schnell, Junge, aber nicht sehr klug. Wieso wird denn meine Pistole nicht fertig? Ihr seid schnell, Junge, aber nicht sehr klug. Auf allem, was muss ich jetzt eigentlich machen, um ihn zu töten? Okay, ich glaube, er läuft. Wie gesagt, immer den gleichen Weg. Ihr sterbt als Verräter! Ihr seid schnell, Junge, aber nicht sehr klug. Ihr sterbt als Verräter! Kommt, kommt! Also meine Vermutung ist immer noch, dass ich irgendwas mit den Fässern machen muss. Ihr seid schnell, Junge, aber nicht sehr klug. So, jetzt habe ich dich. Alle Wale. So, und die nächsten Jungs von ihm sind tot. Vergebt mir, du redest von Vergebung, Kind. Die Hölle wartet auf dich. Ja, nee. Dann betrete ich sie mit Stolz. Wissend, das richtige getan hat. Shit, da hätte ich ihn gerade eben wahrscheinlich sogar wirklich mal anschließen können. Achilles hat bereits, was er braucht. Oh, das scheint, es doch gewinnen zu sein. Wenn ich muss. Es darf ihm nicht gelingen. Du bist jetzt ein Monster, Shay. Echt? Wollen wir das? Vielleicht ja. Kommt. Hm, mal gucken, ob die Hölle wirklich auf uns wartet. An diesem Punkt ist der Krieg noch nicht vorbei. Aber die Franzosen haben ihren Schwung verloren. Die Templer können sich anders. Mal sehen, welche Rolle Shay spielt. Mal sehen, welche Rolle Shay spielt. Ja, ja. Niemand außer Ardeale töten. Immer einmal keine Mörsertreffer abbekommen. So, dann geht es. Wie steht es um die Vorläufer-Sache? Wir sammeln Schiffe und Vorräte, aber es ist schwierig ohne ein bestimmtes Ziel. Ich habe Männer. Sie reichen, um meine Crew aufzustellen, Chevalier. Hope hat herausgefunden, wie man Franklins Experiment reproduziert. Schon bald kennen wir die nächste Vorläuferstätte. Und ihr seid sicher, das zu schaffen? Ich habe Augen und Ohren, Mentor. Das Gerät ist in Kürze fertig. Sehr gut. Berichtet mir. Danke. 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 Danke.